Plasma Cutter Missionar wurde in meinem Safe abgelegt Vermittler wurde freigeschaltet Okay, willkommen bei der Bank Wurde zu das Menü offen herzustellen Menü Pläne und Anleitungen Waffen Upgrades Objekte herstellen Unten den Safe Okay, hier war Farnobos Tool Siehst du das gerade auch? Unteres Tool Okay Das ist schon nicht schlecht Ich versuche mal da was dran zu fummeln An den Plasma Cutter Daran kann ich nichts machen Schaden verringert sich Und Clip geht hoch Also können wir mehr rumtragen Hier ändert sich irgendwie gar nichts Er schafft einen Plasma Cutter Standardstrahl Reichweite Mittel Präzision hoch Neue Spitze herstellen können wir auch machen Okay, dafür brauchen wir Teile Erweiterung Teile fehlen noch Schwerer Standardrahmen Würde alles Verschlechtern Das wird wahrscheinlich später noch von Nutze sein Upgrade Platine Da haben wir es doch Upgrade Platine für oberes Modul Schaden hinzufügen Clip hinzufügen Nachladen hinzufügen Feuerrat hinzufügen Ich mach erstmal Schaden hinzufügen Ich denke, ich werde sowieso wieder den Plasma Cutter upgraden Boah, die Platine in der Ecke? Ja, in der Ecke Rechts an der Tür Ich weiß nicht, ob du die auch noch aufheben kannst Erstellung nicht möglich Zulässige Ressourcen benötigt Okay, dann können wir das auch noch vergessen Pläne Waffen haben wir jetzt Naja, das können wir ja nicht machen Objekte herstellen Dafür brauchen wir erst Metall Was haben wir alles im Safe? Hier, Planet Cracker Holy Shit, ey Missionar Und Vermittler Hab ich bekommen Oh, wir können nur zwei Waffen Maximal mit uns rumtragen Mehr geht gar nicht Der Vermittler sieht mal Ultra Badass aus Ey, den werd ich mal nehmen Nimm den Vermittler Anstatt Ja, das Ding Plasma Cutter wird behalten Den Planet Cracker Ich weiß nicht Da tut sich doch irgendwie nix Das sind doch bei uns die gleichen Nicht aber trotzdem Mal Planet Cracker hört sich nett an Okay, haben wir noch verschiedene Pläne Pitch Black Boah, das gibt doch ganz schön viel, ey Ist auch nicht schlecht Es gibt hier den Müllnir Oh ja, mein, der heißt Hat nicht irgend so'n Hammer oder so? Müllnir ist der Hammer vom Donnergott Genau So, hier in der Ecke war das Ja, hast du schon Also, konntest du das auch aufheben Was ist das? Ist das der Missionar? Boah, das Ding leuchtet sogar so geil So blitzig und so Boah, das wird genial Ne, ist der Vermittler, glaub ich Missionar war das andere Alter Ups Damit geh ich ein bisschen sparsamer um Brauchst du einen Plastikbecher? Äh, ne Schade Ist nur noch Blut hier, wenn du noch trinken willst Ist von der Wand lenken Ähm Ey, wir müssen tatsächlich warten, bis die scheiß Tür sich schließt Dramatik Komm, wie schön mit seiner Hand wackelt Okay, wir sind sehr schön dunkel Die Räume sind auch nicht allzu groß, so wie ich eine Vermutung hatte Oh shit, was ist das denn? Wie schieße ich die Beine ab? Stase Oh Gott, das will Man muss noch ein bisschen nachtreten Wahnsinn, ey Oh Was ist das Kommandor von Allmittag? Und was machen wir jetzt? Halten Sie Ihre Waffe im Anschlag und bleiben Sie bloß von den Lüftungsschächten weg Rücken Sie Ihnen auf die Pelle, schießen Sie auf die Extremität, verstanden? Haben Sie das verstanden? Ja Okay, okay Hey Halbleiter Okay, wir finden langsam richtig tolle Sachen Kriegst du die Halbleiter auch? Ich glaube nicht, ne? Müssen wir uns das aufteilen Guck mal, ob du Halbleiter im Inventar hast gleich Jetzt ist die Frage eigentlich, was ist stärker? Plasma Cutter oder die normale Pistole da? Oh, da kommt ja so ein leckeres Viech Das ist gut Oh, jebel das, ey Richtig schönster Matsch, ey Was ist denn mit dem Ding hier? Nix Okay Guck mal, ich mache es da Halbwandel im Inventar Oder Altmetall Steht bei Ressourcen Äh, Altmetall habe ich Energiewandler Energiewandler Hast du 22 davon? 18 Na gut, dann teilen wir uns das nicht, alles klar Also teilen wir uns gar nichts, so wirklich Ich denke nicht, dass wir uns die gegenseitig hin und her schicken können Das dürfte nicht funktionieren Oh, shit Oh, hell Oh, oh Sehr gut Ich kann ihm wieder stehen Oh, dann muss ich aufladen Holy Boah Hab ich den auseinandergefetzt Was ist ein Sekundärfeuer? Oh, okay Also wir haben erstmal Alter Wir haben erstmal einen normalen aufgeladenen Entschluss, der richtig viel Schaden macht Und dann haben wir wie Ähm, diesen einen Cutter da Aus den alten Teilen Das ist nicht schlecht Der Mensch kann nicht leben Okay, hier ist noch so ein Ding Shit Schwierig fahren Ah, voll gegen niemanden So muss das auch sein Supergeil, ey Hast du das Ding hier aufgehoben? Ich glaube, Teile zählen für beide, ey Ja Platinen nicht selber Ich guck mal, Platine hab ich jetzt Ähm Die ist sogar im Inventar Du siehst sogar, wo ich hingucke Offenbar Den Licht Das ist nicht schlecht Ja, ich hab ne Platine im Inventar Und sau viele Medibags Äh, verriegelt What the hell Oh, sollen wir hier durch? Ups Äh Freue ich nicht Ja, danke Wähle ruhig im Gesicht Ist doch lecker Necromovs sind super Hier ist Zero G Ja, wir sind schon unterwegs Äh Alt Hui Guck mal, da ist unser Freund Ob wir den mal klatschen können Wir können den schieben Oh, ich wusste es Die Viecher sind zurück Jetzt sind mal andere Jo, die sind ein bisschen größer Und hässlicher Die sind immer so guter Mehr Ratte Ja, ja Wirklich mehr Ratte Ja, die müssen ihre Tentakel rausholen Der wäre erledigt Und ist noch so ein Viech Oh Gott, großer Wesen sind die Punkte größer Als im Dead Space 2 und in Dead Space 1 Das ist ziemlich hilfreich Da gibt's nur ein ganzes Licht Zum Boden ausrichten Da lebt ja noch Ich komme Wuhu Ui, da lag was Starz-Effekt Da lag noch was What the hell Na, egal Kaputt Werde Kaputt Ich muss nur mal F drücken Ich schon Oh, jetzt geht's Ja, manchmal ist halt ein bisschen delayed Hatte ich gerade auch Haben wir hier einen Text-Log Ingi, das ist momentan sehr ruhig Du musst sofort hier als Erster Meine Leider Ja Hör mir Die ist sogar blau Blau markiert für alle Doofen Damit wir wissen, dass wir da auch müssen Ja Ja Das sollte sie erstmal aufhalten Gut Das SOS kommt von irgendwo direkt über Ich glaube, ich habe den Hauptgenerator des Schiffs gefunden Wenn ich die Stromzufuhr wieder herstellen kann, sollte sich der Übergang für sie öffnen Was ist mit ihnen? Mir gibt es einen Aufzug, der direkt zur Spitze hochgeht Ich treffe sie an Alice Koordinaten Hier liegt ein Medi-Pack Ich habe so viele Medi-Packs Ohne Mist, ey Ich benutze die fast gar nicht Stromzufuhr wieder herstellen Na Was ist denn hier? Bleib da unten Ich soll hier hin, sagt er mir Ja, auf der anderen Seite Warum machst du denn auf der anderen Seite? Guck mal auf die blauen Pfeile Mein Gott Da Dann sollen wir das gleich aktivieren Alles klar Ah, das Ding bleibt mir unten So unten halt Ja Geht auch nicht Nee Wie viel haben wir denn da vorne? Ach, das sind drei Drei? Bei mir steht eine Zwei Bei mir steht eine Drei, denke ich mal, ne? Nee, bei mir steht eine Eins Ich habe eine Idee Bleib mal, halt mal unten Was hast du da? Halt mal komplett unten Sodass das grün ist Genau Oh, ich dachte, ich kann jetzt den Knopf drücken Das würde das aktivieren Aber ich glaube, die müssen alle gleichzeitig unten sein Ähm Ach, bin ich blöd Stase Ja, ja Wollte ich gerade sagen Stase benutzen Hehehe Hat nicht geklappt Ah, ich sehe was Siehst du da oben diese Pfeile? Welche? Das sind doch so Pfeile Moment, wenn das ganz Ich, warte, ich komme zu dir Ich weiß, wie das geht, glaube ich Klatsch mal runter Klatsch mal runter Ja, die Pfeile, weiß Das heißt, wer das dann runter geht Okay, klatsch mal runter So Ich mache das jetzt fest Na, kommen auch schon ein Viecher Ich glaube, es hat geklopft Oh, oh Wo ist das Viech? So Jetzt nochmal Runter Und jetzt ist es ein Drehmach Ach, da Genau Die ganze Zeit Lassen Sie aktivieren Ja Ja, ja Warte Das ist gut Das ist gut Das ist gut Das war gar nicht so schlecht Mach mal Genau Mach mal runter Du musst gedrückt halten Ja Na, da haben wir Strom Haben wir Strom Oh Sehr schön Wir müssen hier gar nichts fummeln Jawohl Alter So muss das sein, ey Die auseinanderlautschen Ja, so mein Freund Cool Cool, cool, cool Du noch mehr, ich pek da nicht mehr gerne mit So Dann machen wir mal Nummer zwei Okay Und Nummer eins Boah Was kommt jetzt wieder für ein Viech? Hat sich nicht gut angehört Boah Okay Der Strom ist wieder da Ganz wie What the Oh mein Gott Das ist ja noch so ein Viech Also ich hab bisher für die anderen Waffen Keine Munition gefunden Nur für den Plasma-Kater Boah, das liegt hier überall rum Du musst an die andere Seite Genau Auf Ah Ich hab hier imarea Woah Das ist ja noch so